Dankeschön, Udo, der hat ein Problem mit der rechten Tür, kannst du die rechte Tür mal rausschlagen? Es wird alles okay mit Ihrem Fahrzeug, Herr Stark. Ah, mal die rechte Tür rausschla- Oh, Pascal Stark, wir rufen einen Krankenwagen. Sauber, Udo, aber du bist verrückt, Junge, du kommst mit deiner eigenen Kraft nicht klar, du weißt das, oder? Ja. Der Nächste, bitte. Guten Tag, wie geht's, wie steht's? Können Sie bitte mal aus Ihrem Fahrzeug raussteigen, es ist eine allgemeine Kontrolle. Dankeschön, Sir. So, geht's Ihnen gut? Was war das hier in Ihrer Hand? War das etwa Buckler aus der Türkei? Kommen Sie aus der Türkei? Ja. Schlagring, packen Sie sofort die Waffen weg, wir haben nichts gesehen. Öffnen Sie bitte mal alle Türen, die Sie in Ihrem Fahrzeug öffnen können. Dankeschön, Sir. Udo. Udo. Dings, hier, die Heckklappe, die muss einmal wegsteigen. Okay, Sir, kommen Sie bitte mit mir mit, Sie sind vorläufig festgenommen. Besitz einer Bombe, kommen Sie hier hin, kommen Sie hier hin, kommen Sie hier hin. Machen Sie bitte wieder alle Türen auf. Okay, Udo, kickt nur die Dingsstelle da weg, wo die Bombe ist. Okay, Sir, achten Sie jetzt auf Udo. Go, Udo. Schlag. Udo, punch. Udo, kick. Kick. Jetzt schlag einfach, jawohl. Okay, Ihr Fahrzeug ist sicher, bitte fahren Sie Ihr Fahrzeug hier weg. Für alle Folgeschäden können wir nicht haften. Schönen Tag noch. So, Udo, du musst deinen Kraft zügeln, du bist viel zu wild, du machst den Leuten Angst. Warum hast du dich heute nicht rasiert? Guck mal, Enten braucht Starthilfe, gebt ihr mal Starthilfe, bitte. Eine schnelle. Danke. Der nächste. Okay, bleiben Sie bitte so stehen, perfekt, guten Tag. Äh, Udo, kannst du mal zur Seite schlagen, dass er also hier in die Seite fliegt? Seitlich schlagen. Oh ja, ist egal, such dir die Seite aus. Nochmal. Und nochmal. Okay, bleiben Sie bitte so stehen. Super, Udo. Bleiben Sie so stehen. Scheint alles okay zu sein. Sie können wieder Ihr Fahrzeug normal richten. Udo, gebt mir mal Starthilfe, dass er wieder normal da aufkommt. Super, jetzt kickt den mal seitlich weg, der hat Motorprobleme. Nochmal, komm. Der super, Udo. Dankeschön, Udo. Der nächste bitte. Oder sagen wir die nächsten drei. Guten Tag, Sir. Äh, bitte mal aussteigen. Türen offen. Tür öffnen. Öffnen Sie jetzt die Türen. So, ja, die nächsten drei. Udo, du kontrollierst den hinteren. Was ist mit Motorhaube? Müssen wir uns auch einmal anschauen. Achso, da ist Ihr Motor. Sir, öffnen Sie nochmal bitte. Alles klar, hier scheint alles safe zu sein. Was ist hiermit? Kofferraum? Sir, bleiben Sie stehen. Öffnen Sie Ihr Kofferraum. Öffnen Sie jetzt Ihr Kofferraum. Das ist Ihr Motorraum. Ihr Kofferraum ist vorne, Sir. Udo. Ich brauche einmal hier Verstärkung. Der will sein Ding nicht öffnen. Du hast doch die Kraft, oder? Öffne mal seinen hier vorne Kofferraum. Sein Kofferraum ist vorne. Sir, treten Sie bitte zurück. Sir. Treten Sie bitte zurück, Sir. Okay, Udo. Das habe ich nicht gesehen als dein Vorgesetzter. Noch mal. Öffne diese verdammte Raube. Noch einmal. Super, Udo. Noch mehr. Okay. Der scheint safe zu sein. So, die nächsten drei, bitte. Danke, Udo. Oh, was für ein Start. So, Leute. Noch mal. Das ist eine Grenzkontrolle. Wer halt mit seinen Haftbomben und so weiter schon hier durchgekommen ist, der sollte sie nicht in die Luft jagen. Hallo. Udo, bitte öffnen Sie Ihre Fahrzeugtüren. Die nächsten beiden. Dankeschön. Sie auch. Steigen Sie bitte aus und öffnen Sie Ihre Türen. Okay, scheint hier alles in Ordnung zu sein. Haben Sie irgendwelche Schmuggelwaren dabei? Wenn nein, Finger nach oben. Wenn ja, Finger nach unten. Also Sie haben nichts dabei, was aus dem Dings kommt. Alles klar. Udo, wo bist du? Okay, Sie dürfen weiterfahren. Udo, was ist? Bleiben Sie stehen. Sie Ratte. Sie haben mich angelogen. Udo, Fahrzeug zur Seite schlagen. So wie gerade. Nehmen Sie bitte Abstand, Sir. Okay, eine Tür ist schon mal entschärft. Die nächste Tür, Udo. Verdammt, was ist das für eine Tür? Alles klar, Udo. Die Karre, die behalten wir. Gehen Sie raus. Gehen Sie raus. Wir haben Ihre Fingerabdrücke. Udo, lass das Auto da. Der nächste. Ah, buongiorno. Italien, na mia, no boy. Come, ma se, ma se. Bibidi, babidi, bibidi. Ich kenn den. Der ist korrekt. Komm, geh weiter. Fahr. So, David. Du wirst von Udo kontrolliert. Udo, kontrollier die mal. So, und Sie kommen bitte zu mir, Sir. Sie im roten Sun King oder was ist das? Wapid, Wapid, Sun King. Öffnen Sie bitte die Türen. So, steigen Sie verdammt nochmal aus dem Fahrzeug raus. Nochmal. So. Haben Sie irgendwas Illegales dabei? So was wie Honig. Haben Sie Honig dabei? Haben Sie Gummibären dabei? Haben Sie Puber dabei? Wo ist Puber? Ich weiß ganz genau, dass Sie was gegen Puber haben, weil er ihre Rolle des Lebens... Er ist im Himmel. Haben Sie ihn abgeknallt? Sie haben Puber abgeknallt? Was? Sie haben ihn abgeknallt und dann vergewaltigt? Warum haben Sie ihn vergewaltigt? Das Abknallen könnte ich ja noch verstehen. Wie? Sie haben ihn oben auf dem Mont Chiliad vergewaltigt? Sie haben sich was noch höher? Sie waren auf dem Dach vom Mont Chiliad und haben Puber dort abgeknallt und vergewaltigt? Warum schütteln Sie jetzt den Kopf? Hä? Was? Sie haben... Sie haben mit dem erstmal gegessen, Chicken Wings gegessen, dann haben sie seinen Hals gepackt und... Zerdrückt, haben ihn auf dem Mont Chiliad vergewaltigt? Was geht denn mit dem Ohr ab? Wie? Jetzt ist er im Himmel? Ja, ganz oben auf dem Mont Chiliad meine ich. Genau. Was geht denn? Was? Sie haben eine Cola-Dose ausge... Der kotzt Cola-Dosen aus. Warte mal, was haben Sie alles in Ihrem Mund? Sir, einen Moment. Alles in Ordnung. So, nochmal zurück zur Geschichte. Sie haben... Sind die frei? Udo, sind die in Ordnung? Steigen Sie in der Auto ein. Udo, schlägst du einfach raus hier. So, Sie haben also Puber zum Essen eingeladen. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Okay, dann haben Sie ihn am Hals gepackt. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Alles klar, Sie haben Puber also zum Essen eingeladen, am Hals gepackt und getötet. Korrekt? Dann haben Sie ihn auf dem Mont Chiliad verschleppt. Und auf dem Mont Chiliad haben Sie ihn, sagen wir mal, salopp geküsst. Wie, Sie haben ihn nicht geküsst? Sie haben vergewaltigt. Ohne küssen. Sie haben nicht geküsst. Sie haben nicht geküsst. Okay. Okay, Sie haben nicht geküsst. Haben Sie Ferkel mitgenommen? Haben Sie Ferkeleien gemacht? Schweinereien? Haben Sie Ferkel wenigstens Schweinefleisch zu essen gegeben oder Döner? Schweinefleisch? Kein Schweinefleisch. Sind Sie sich sicher? Sie sind sich nicht sicher? Sind Sie sich sicher? Sie sind sich sicher. Alles klar. Waren Sie schon mal in Los Santos? Oder ist das Ihr erster Besuch? Waren Sie schon mal in Los Santos? Das heißt, ja. Haben Sie vor, irgendjemand anderen hier zu töten heute? Wen denn? Den Goldbeeren? Mich? Okay, komm, du darfst mich töten. Komm, du darfst mich töten. Ich weiß, das ist so geil. Komm, töte mich, wie du willst. Scheiße. Oh mein Gott. Okay, Sie dürfen weiterfahren. Ich frage mich immer noch, wer Udo ist. So. Okay, warte mal. Die, die hier leben, ne? Die, die eine Haftbombe hatten an sich, zündet die mal. Die, die jetzt hier draußen sind. Das war's dann, meine Damen und Herren, mit dieser Folge von GTA 5 Online. Nicht vergessen, am Tag kommen immer zwei Folgen von GTA, einmal um 12 und einmal um 15 Uhr. Meine Empfehlung, schaut euch einfach nach 15 Uhr beide Folgen an, dann habt ihr insgesamt über 20 Minuten GTA 5 Online. Nein, das war's auf jeden Fall für heute, haut rein. Ich hab gesagt, haut rein, das heißt so viel wie tschüss. Das heißt, du kannst jetzt wegklicken. Du sollst dich jemanden schlagen, du sollst... Hau ab. Hallo? Das war's für heute. Finito. Ende. Finish. Fisch. Du Fischkopf, hör mir zu, Ende. Alter, was ist denn kaputt mit dir, hallo? Das kostet doch ganz... Strom, Internet, was... Ich versteh dich nicht, warum hörst du mir denn noch zu? Klick doch weg, es kommt doch nix mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wer zahlt denn bei dir? Bist du reich? Oder hast du Hartz IV? Dann bist du reich. Denn du hast dann mehr als wir. Hier. Hallo? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Klick doch einfach weg. Komm. 3, 2, 1, jetzt. Ah, du klickst zuerst. Nein, ich klick nicht weg, du klickst weg. Nein. Alter, hast du Tomaten auf den Ohren, in den Ohren, über den Ohren, hinter den Ohren, ist mir egal. Hörst du mich nicht? Okay, jetzt aber. Du klickst weg. Nein, du klickst weg. Ich klick nicht weg, du klickst weg. Du machst zu. Immer das Gleiche mit dir. Ja, okay. Ich klick jetzt weg. Wie, du willst weg? Ich klick alles weg.